Also Pink habe ich jetzt abgesagt, die wollte bei uns nur Playback singen, das geht gar nicht. Machen wir nicht. Wie sieht es bei dir aus auf der Gästefront? Grönemeyer kann nicht, will nächstes Mal kommen. Jogi Löw hat noch irgendwas mit Sport zu tun, keine Ahnung. Dann Helene Fischer wollte unbedingt, ist beim Essen. Schon wieder. Wie sieht sie mit der Blonden aus hier? Ich wollte es gerade sagen. Veronika Ferris will eventuell erst zum Sommer, weil sie dann besser aussieht. Dann hat sie den besseren Zirn. Ja, warte. Ja, hast du? Genau. Ist der geiler, Alter. Na, da bin ich. Mit du. Dann nehmen wir halt den. Besser als nix.